...eintritt treffen. Alle Vorbereitungen zum Aufbruch treffen. Captain. Solter ist schon in der Luft scharf. Achtung, Achtung, alle mal sofort aufstehen. Den Heck- und Bugbereich komplett und gründlich säubern. Rauchen ist in den vorgesehenen Bereichen erlaubt. Die Sonnenbinde sollten ruhig sein. Viel Glück, Captain. Test abgeschlossen. Alle zukünftigen Alarmer berücksichtigen. Sir, Sie sind in Reichweite der Cerberus am Rande des Asteroidenfeldes. Ich bin bereit zur Evakuierung, sobald Sie den Prototypen haben. Bestätigt. Raider, wie übernehmen wir die Kontrolle über das Ding? Wir deaktivieren den Träger mit EMPs vor dem Intern. Schönen Stanten. Legen wir los. 1-1-1-2. Der Träger wird zur Vorsicht beim Asteroidenkürtel. 1-2. 1-1. Skars sind bereit. Roger. Anzählen. 1-1-1-4. Wir sind 030 relativ zu ihrer Position auf der anderen Seite des Gürtels. Scanner frei. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Die Augen offen halten. Schön langsam. Verstanden. Mir nach. Feindliche Transporter voraus. Deckung nutzen und in Bewegung bleiben. Position halten. Mal sehen, was die vorhaben. Ich sehe es falsch mehr. Verstanden. Lass den Transporter passieren. Such dir einen aus. Ich nehme den anderen. Dann los. Feinde nähern sich von links. Entdeckung. Ist weg. Weiter. Kepern. 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 Bleiben. Weiter geht's. Transportschiff. Habe nicht Kontakt zum Ziel. Der Arbeit ist ein Wartungsteam an den Triebwerken. Ich sehe Sie. Reparaturdivision. Zwei Hüllentechniker, zwei Sicherheitsplätze. Wir können Sie von hier ausschalten oder nah rangehen. Deine Entscheidung, Rays. Guter Schuss. Triebwerke gesichert. Bravo, bitte bestätigen. Bestätigt. Hier ist alles gut. Brookes Cash. Schalten wir diese Triebwerke mit unseren EMPs aus. Verstanden. Plotiere EMP. Ladung platziert. Wie ist der Status Cash? Plotiere jetzt, Sir. Eins, zwei bereit, Raider. Verstanden. Alle Teams zurückbleiben. Zünde! Noch drei oder weniger, bis Sie die Energie wiederherstellen. Retribution. Hier spricht der Käpt'n. Die Cerberus ist außer Dienst. Roger. Auf dem Weg zu Ihrem Sektor. Haben Sie die Kontakte Retribution? Verstanden. Haben Skelter im Einsatzgebiet. Scar 2 zur Unterdrückung in die Luft bringen. Verstanden. Start auf Rund zuvor, Sir. Da oben sind Patrouillen. Feindkontakt. Völf Uhr. Willkommen aus dem Kontrollturm. Ausfall zu verbreiten. Zum Bug vorrücken. Wir haben hier in ein Nestung. Ausfall zu verbreiten. Ausfall zu verbreiten. Weiter vorrücken. Wir müssen sicher zum Hangar. Weitere팀. Versammel. Bei Ruhe. 1 Wir warten los und schicken hier. Der kommt bis die Grimmsinster. Verstanden. Gator, ich gehe rein. Senden Sie Vögel zur Evakuierung des Trupps runter. Roger, schicke sie sofort los. An alle Stationen. 1-1 rückt zum Ziel vor. Verstanden. Pass auf dich auf da unten. An alle Stationen. Bingo mit dem Prototypen. An alle Stationen. Bingo mit dem Prototypen. Minder und starten. Die Arten lösen ein Luftwampf. Bin auf dem Weg. Raider hat das Ziel verlassen und es auf dem Weg zur Basis. Haben Sichtkontakt. Da sind viele Feinde. Formieren und angreifen. Roger. Wir haben wohl Staffeln übergelassen. Bestätigt. Schießen wir sie ab. Verstanden. Skull-Scheid in das Wasser. Wasser rein. Die Temperatur steigt. Wir sind in der Mitte. Eten, hier ist der Käpt'n. Hörst du mich? Laut und deutlich, Sir. Überwache die Aktivität der Waffen der Cerberus. Verstanden. Gefahr! Zwei Uhr! Ziele! Zwei Uhr! Ziele! Zwei Uhr! Bam! Einer ist weniger! Verstanden! An alles Gas! Die Luftabwehr der Cerberus ist aktiv! Wachsam bleiben! Ziel! Ein Uhr! Ziele! Ziele auf elf Uhr! Deine Stemper erfüren ihn nicht! Ziel! Ein Uhr! Er schlägt Haken. Ziel auf 2 Uhr! Ziel auf 2 Uhr! Ziel Backbord! Wir haben ein Problem! Raus damit! Zerboros hat wieder volle Energie! Sie laden die Reargang! Alles Gas zur Basis zurückkehren! Gator! Angeworfen Zerboros nach eigenem Ermessen! Reine da, Reyes! Dann haben wir schnell rein! Die Reargang mit der Zerboros aktiv sind! Sie versuchen die Reargang zu erfassen! Ziel runter! Captain an Bord! Brücke! Springen! Sofort! Sprungen! Drei! Zwei! Eins! Bord ist Chaos! Captain! Lieutenant! Gleich läuft ein Bericht über Gens! Ohne mich. Nachrichten sind scheiße. Nicht Assisten. Der Kämpfer muss was sehen. Die Kämpfe entgänzt sind zum Erliegen gekommen, während Sartor truppen die Hauptstadt der Rutsache gegen die SEM-Verteidigung. Das ist ein Babar. Ruhe! Das Ergebnis eines Überraschungsangriffs gegen die Sartor-Flotte. Zwangsevakuierungen laufen, während hier in der Stadt immer wieder kleinere Kämpfe aufladen. Ein Stratkomm-Sprecher gab zu Protokollen. Unsere Orbital-Verteidigung ist enttakt und die Flotte weiterhin stark. Die Flotte ist weiterhin stark? Welche Flotte? Propaganda-Scheiße. Gleiche Scheiße. Das ist der Rückstoß? Die bleibt ja immer auf dem Ziel. Das ist die Flotte. Der Fourier-